Und Peter und ich waren in Würzburg schon mal auf so einem Mini-Kurzurlaub und haben wir Weißwein auf einer Brücke getrunken. Ihr macht Urlaub zusammen? Bei Kairo Negra in Würzburg? Nein, in Würzburg. War schön, oder? Ja, das war sehr schön. Vor allen Dingen die Brücke. Ja, da gibt es so eine Brücke über den Fluss. Wie ist der Fluss noch? Keine Ahnung. Die Würz wahrscheinlich. Ey, Alter, die Würz. Wir gehen jetzt mal zu den möglichen Nachrichten des Tages. Ich bin schockiert. Janne Hofer, guten Morgen. Guten Morgen in Hamburg, die Würz. Und hier geht es weiter mit Anna Planken und Sven Dorig an der Würz. Es ist der Main und nicht die Würz. Danke, Janne Hofer. Aber die Würz ist auch sehr schön. Dieser neue Fluss in Würzburg. Und dann kommt ihr. Und dann schauen Sie uns so ein wenig zusammen. Es macht mir das لörtmelte, also mit mir das in einem